Angeblich soll Blockchain ja die Welt verändern. Unternehmen wie Uber, Airbnb überflüssig machen und die Finanzwelt sogar revolutionieren. Doch was ist die Blockchain überhaupt und wie funktioniert sie? Das wollen wir uns heute im Video mal genauer anschauen. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von Thalerbox, mein Name ist Bastian. Zunächst ein Beispiel zu der Technologie und wie diese funktionieren kann. Also wie kommunizieren wir heute eigentlich? Ich nenne es mal den alten Weg. Wie sieht es aus, wenn du mir eine WhatsApp-Nachricht schicken würdest? Also du schreibst auf deinem Handy die Nachricht, wie geht es dir? Die Nachricht geht dann an den WhatsApp-Server. Dort wird sie verarbeitet, gespeichert und erst dann wird die Nachricht an mich weitergeleitet. Die Daten sind jetzt in der Hand der Firma und die verfügt über diese. Und so funktioniert ein zentrales Netzwerk. Das Problem ist jetzt nicht, dass diese zentralen Strukturen an sich böse sind. Die Frage ist jedoch, die sie stellt, ob ein derart zentralisiertes System auf Dauer sicher und vertrauenswürdig ist. Kann ein zentrales System garantieren, dass die Daten nicht missbraucht werden? Wie sicher ist das Ganze gegen einen Cyberangriff? Und wie kann es gewährleisten, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf diese sensiblen Daten bekommen? Und dafür braucht es neue, innovative Wege. Wie könnte es also in der Zukunft aussehen, wenn du mir eine Nachricht über WhatsApp schickst? Du schreibst ganz normal wieder die Nachricht, wie geht es dir? Jetzt geht die Nachricht aber nicht an einen zentralen Server, sondern ein Netzwerk aus unabhängigen Computern, welche überall auf der Welt verstreut sind. Diese gehören ganz normalen Menschen wie dir und mir. Jeder Computer übernimmt einen Anteil der Arbeit und niemand kann auf die komplette Nachricht zugreifen. Und so kommt die Nachricht dann sicher bei mir an. Das ist ein dezentrales Netzwerk. Der Gedanke der Dezentralität ist nicht nur für politische Idealisten, die von einem Leben ohne Banken und Behörden träumen, interessant, sondern mithilfe der Blockchain lassen sich verschiedene Anwendungen realisieren, die in zentralen Lösungen schwierig bis unmöglich zu implementieren wären. Und die Technologie hinter diesem neuen Weg ist die Blockchain. Und die Blockchain ermöglicht es uns, zum Beispiel Nachrichten oder digitales Geld wie Bitcoins von Individuum zum nächsten Individuum zu bewegen. Es könnte also unsere bestehende Welt von Grund auf verändern, weil ein sehr großes Potenzial besteht. Hier nur drei kleine Beispiele. Zum Beispiel der Internet of Things zeigt reges Interesse daran, da sich hier viele verschiedene Devices und Anwendungen als gleichwertige Partner in einem Netzwerk interagieren können. Die Blockchain ermöglicht es, diese gleichwertigen Partner ohne Notwendigkeit eines zentralen Servers zu vernetzen. Also keiner könnte zum Beispiel das Smart Home so leicht hacken. Aber auch im Finanzsektor arbeiten viele Banken an der Blockchain, da auch die Banken um Payment Provider zur Absicherung von Transaktionen auf sichere Blockchain-Systeme zurückgreifen könnten und damit unser Geld sicherer machen würden. Ein weiteres Beispiel wären sogenannte Smart Contracts, also auf Deutsch übersetzt schlaue Verträge. Diese könnten sogenannte dezentrale autonome Organisationen ermöglichen. Was heißt das? Eine Organisation, deren zentralen Verwaltung von automatischen Prozessen geregelt wird. Im Zusammenhang mit dem Internet of Things lässt sich über diese Smart Contracts eine intermaschinelle Kommunikation realisieren. Also ein simples Beispiel, die Kaffeebohnen von der Kaffeemaschine sind alle und automatisch werden neue Kaffeebohnen bestellt. Und wer kommt schon ohne Kaffee im Leben aus? Und an diesen Beispielen erkennt man, mit Hilfe der Blockchain können viele alte Geschäfts- und Organisationsmodelle herausgefordert werden. Aber wie funktioniert die Blockchain jetzt genau in der Praxis und was ist das Konzept dahinter? Ohne zu komplex zu werden, denn für viele ist das Thema wahrscheinlich so abstrakt wie moderne Kunst und wieder für andere nur Nullen und Einsen auf einem Bildschirm. Also welche Probleme versucht die Blockchain zum Beispiel zu lösen? Das in einem praktischen Beispiel. Schauen wir uns dazu an, wie Überweisungen von Geld heute noch funktionieren und was die Probleme dabei sind. Wir haben zum Beispiel eine Person A aus Deutschland, die möchte 100 Euro an eine Person in die USA überweisen. Dazu brauchen sie aber immer eine dritte vertrauenswürdige Partei. Also in dem Beispiel eine Bank. Diese Bank muss jetzt erstmal die Beteiligten identifizieren und dann verifizieren. Erst dann kann das Geld überwiesen werden. Und das kostet neben Zeit natürlich auch Geld. Also von den 100 Euro kommen im Endeffekt nur noch 98 Euro an. Und die Blockchain kann die Banken überflüssig machen. Also es braucht nicht mehr die dritte Partei. Zudem kann das Ganze günstiger werden und noch schneller. Also wie kann das dann bei der Blockchain aussehen, so eine Überweisung? Dazu die drei Konzepte, auf die die Blockchain basiert. Da haben wir das erste Konzept eines offenen Kassenboos. Was im Englischen Open Ledger genannt wird. Gehen wir davon aus, wir haben ein Netzwerk von vier Personen, die sich gegenseitig Geld hin und her schicken wollen. Dort in der Mitte haben wir erstmal das öffentliche Kassenbuch, was jeder einsehen kann. Am Anfang gehen wir davon aus, A hat 10 Euro. A überweist jetzt 5 Euro an B. Diese Transaktion wird jetzt im Buch öffentlich festgehalten. B wiederum überweist 3 Euro an C. Auch das wird wieder im Kassenbuch festgehalten. Und C überweist dann 1 Euro an D. Und auch das wird im Kassenbuch festgehalten. Und das ist das Konzept eines offenen Kassenbuchs. Eine Kette öffentlicher Transaktionen, die jeder einsehen kann. Also jeder im Netzwerk kann sehen, wo das Geld ist und wie viel jeder hat. Und mit diesem Wissen können alle Teilnehmer Überweisungen entweder zulassen oder auch ablehnen. Wie sieht zum Beispiel eine Ablehnung aus? Nehmen wir mal das Beispiel, A will 15 Euro an D überweisen. Jetzt kann jeder im Netzwerk direkt sehen, dass diese Überweisung ungültig ist. A hat keine 15 Euro mehr und deswegen wird die Transaktion abgelehnt und wird nicht im Kassenbuch gespeichert. Soweit zu Konzept 1. Jetzt das zweite Konzept der Blockchain. Aktuell haben wir noch das Problem, dass wir ein zentrales Kassenbuch haben. Dies wäre aber nichts anderes als ein zentrales Netzwerk wie zum Beispiel Facebook. Das wollen wir ja gerade vermeiden. Deswegen ist das zweite Konzept ein dezentrales öffentliches Kassenbuch. Wie sieht das aus? Das Ganze ist jetzt nicht mehr zentral, sondern jeder der Teilnehmer kann ein eigenes offenes Kassenbuch führen. Hat zu sagen eine Kopie davon. Damit brauchen wir das zentrale Buch überhaupt nicht mehr. Und das ist ganz einfach schon gesagt das Konzept des dezentralen Kassenbuch. Und jeder der möchte, kann dabei mitmachen. Jetzt stehen wir aber vor einem neuen Problem. Wie stellen wir sicher, dass die dezentralen Kassenbücher wirklich alle gleich synchronisiert sind? Also wie hat jeder die gleiche Kopie des Buchs? Das ist das dritte Konzept, das Konzept der Miner. Das sind spezielle Nodes, die das öffentliche Kassenbuch haben. Also A und C sind in diesem Beispiel mal diese Miner. Einfach gesagt überwachen sie und halten das Netzwerk am Laufen. Sie agieren wie eine Art Prüfungseinheit. Das kann man sich so ein bisschen wie ein Controlling-Mitarbeiter eines Unternehmens vorstellen, der alle Transaktionen überwacht und organisiert. Doch machen wir ein Beispiel wieder dazu. B möchte jetzt an D 2 Euro überweisen. B veröffentlicht jetzt seine Transaktion im Netzwerk, sodass sie jeder sehen kann. Diese Transaktion ist jedoch noch nicht geprüft, also eine schwebende Überweisung. Die Miner stehen jetzt im Konkurrenzkampf, wer die Transaktion als erster prüft und sie danach in dein offenes Kassenbuch einträgt. Und der erste Miner, der das schafft, bekommt dafür eine finanzielle Belohnung, zum Beispiel als Bitcoin. Um diesen Konkurrenzkampf jetzt aber zu gewinnen, müssen die Miner zwei Aufgaben erfüllen. Die erste ist relativ einfach. Sie müssen überprüfen, ob die Transaktion überhaupt gültig ist. Also hat B überhaupt das Geld zum Überweisen. Das ist relativ einfach zu machen. Die zweite Aufgabe ist etwas komplexer. Der Miner muss einen Schlüsselcode finden, der es ihm ermöglicht, die unvalidierte Transaktion mit seinem Kassenbuch zu verknüpfen. Und um diesen Schlüssel zu finden, muss der Miner Rechenleistung aufbringen, weil die Lösung für den richtigen Schlüssel nach dem Zufallsprinzip funktioniert. Bildlich ausgedruckt, er versucht so viele Schlüssel, bis es funktioniert. Im Beispiel löst jetzt C als erster das Problem. Also bekommt er den finanziellen Reward dafür. Außerdem prägt er die Transaktion bei sich jetzt ins Kassenbuch ein. Jetzt müssen die öffentlichen Kassenbücher nur noch synchronisiert werden. Wie funktioniert das? Und den Schlüssel hat, stellt diesen im Netzwerk bereit. Jetzt können die anderen auch ohne Probleme die Transaktionen bei sich im Kassenbuch eintragen. Warum machen diese das? Weil es macht keinen Sinn mehr, nach dem Schlüssel weiter zu suchen, denn es gäbe keine Belohnung dafür. Also tragen sie nur die Transaktion ein und suchen schnell wieder nach der nächsten Transaktion, um an dieser Geld zu verdienen. Also nochmal zusammengefasst, auf welchen Prinzipien beruht die Blockchain? Also wir haben erstens ein öffentliches Kassenbuch, was jeder einsehen kann und in dem die Transaktionen zu einer Kette verknüpft sind. Das zweite ist, dieses Buch wird nicht zentral von einer Instanz gehalten und kontrolliert, sondern ist dezentral über das ganze Netzwerk verteilt. Und die Miner, diese organisieren und sichern die Transaktionen in das Kassenbuch beziehungsweise die Blockchain und bekommen dafür winzige Bitcoin-Einteile als Aufwandsentschädigung. Und umso mehr mitmachen, umso stärker und besser wird das System natürlich. Also was sind die ganzen Vorteile dieser Blockchain und was leistet sie alles? Also die Dezentralität und Kryptografie. Wie schon öfters dargestellt, das ist wirklich der Kernaspekt. Die Blockchain liegt niemals nur auf einem einzigen Rechner. Zudem werden kryptische Verfahren eingesetzt, die ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten und kein Hacker das ganze System einfach lahmlegen kann. Zum Beispiel irgendwelche Server mit irgendwelchen DOS-Angriffen zum Absturz bringen. Dann das direkte Versenden von Werten. Das Internet hat es zwar sehr gut möglich gemacht, Informationen zu versenden, aber nicht von Werten. Genau hier kommt dann die Blockchain ins Spiel. Da sie die ausreichende, sichere Infrastruktur bietet, um Vermögenswerte und sensible Daten zu versenden, ohne auf einen Mittelsmann eingewiesen zu sein. Dann der nächste Punkt, die Unveränderlichkeit. Transaktionen, die einmal in der Blockchain gespeichert sind, können extrem schwer wieder gelöscht werden. Dazu müsste die Mehrheit der Miner eine gemeinsame Manipulation planen. Und umso mehr in diesem System drin sind, umso schwieriger wird es. Weil irgendwann die Aufwandskosten, die anderen zu überzeugen, plus die Stromkosten und Rechenleistungen so groß wären, dass sich das Ganze gar nicht mehr lohnen würde. Das nächste ist die Transparenz. Also zum Beispiel bei fast allen digitalen Währungen können die Transaktionen öffentlich verfolgt werden. Man kann sehen, wer welche Blöcke über das Proof-of-Work-Konzept an die Blockchain angefügt hat. Gleiches gilt aber auch für andere Daten, die auf einer öffentlichen Blockchain abgelegt sind. Und das letzte Konsensmechanismus. Also wir haben hier sozusagen eine echte Demokratie. Eine Entscheidung wird nicht mehr von einer zentralen Instanz getroffen, sondern vom gesamten Netzwerk. Diese Organisationsform kann sehr gut in einer Demokratie zur Entscheidungsfindung beitragen. Dadurch können beispielsweise hierarchische Organisationsformen wie Monopole überwunden werden. Ja, wie sieht die Zukunft der Blockchain aus? Die Währungen, die auf dieser Technologie basieren, können wirklich kommen und gehen. Doch die Technologie dahinter hat gute Zukunftsaussichten. Die Einsatzmöglichkeiten sind fast grenzenlos. Ob neue Produkte oder Geschäftsideen für die Finanzwelt, Regierungsformen, Nachrichtensysteme, Gesundheitswesen und und und. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ja und wenn du jetzt noch mehr über Blockchain oder Bitcoins wissen willst, verlinke ich dir hier noch eine Playlist. Dort bekommst du Videos auf Fragen wie Lohnt es sich, in diese Kryptowährung zu investieren wie Bitcoin? Oder wie kauft man Bitcoins? Aber auch wenn du gerne liest, verlinke ich dir unten ein sehr gutes Buch zum Thema, welches dir noch eine weitere Einführung in das Thema gibt. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Das motiviert mich, mehr neuen, guten Content zu produzieren. Ansonsten, wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst, solltest du nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und wenn du Fragen oder Probleme zu dem Thema hast, komm gerne in unsere Facebook-Community und stell dort deine Fragen. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag. unkin Wille. posоду mya gerade eine Artitelme der Bis immer zu Ende.